Und die Regierungserklärung des Bundeskanzlers ist gerade eben erst zu Ende gegangen. Wir wollen in einige seiner Worte und Sätze und Gedanken noch einmal kurz reinhören. Wir trauern und wir bangen mit euch. Applaus Unsere Herzen sind schwer angesichts des großen Leids, das Terror, Hass und Menschenverachtung über euer Land, über Israel gebracht hat. Wir verdammen die Gewalt der Terroristen in aller Schärfe. Und wir sagen in aller Klarheit, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger gegen diesen barbarischen Angriff zu verteidigen. Applaus Und die Sicherheit in und für Israel muss wiederhergestellt werden. Und darum muss Israel sich verteidigen können. In diesem Moment gibt es für Deutschland nur einen Platz. Den Platz an der Seite Israels. Das meinen wir, wenn wir sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Applaus Unsere eigene Geschichte, unsere aus dem Holocaust erwachsene Verantwortung macht es uns zur immerwährenden Aufgabe, für die Existenz und für die Sicherheit des Staates Israel einzustehen. Diese Verantwortung leitet uns. Unsere Verbundenheit mit Israel und seinen Menschen ist heute auch auf andere Weise sehr direkt. Viele Deutsche leben in Israel, oft Angehörige beider Staaten. Viele Israelis leben hier in Deutschland. Viele von uns haben Freunde im jeweils anderen Land. Auch deshalb hielten sich zum Zeitpunkt des Angriffs zahlreiche Deutsche in Israel auf. Und so sind unter den über 100 Geiseln der Hamas mehrere Deutsche. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin dankbar, dass dieses Haus unmittelbar auf den Terrorangriff reagiert hat. Fünf deutsche Parteien haben ihre Solidarität mit Israel bereits am Sonntag in einer gemeinsamen Erklärung klar zum Ausdruck gebracht. Und ich begrüße den fraktionsübergreifenden Antrag, der heute beschlossen werden soll. Das sind wichtige, notwendige Zeichen unserer Solidarität mit Israel im Kampf gegen den Terror. Und zugeschaltet ist uns jetzt Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Guten Morgen, Herr Schuster. Guten Morgen. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen. Und die Rede des Kanzlers war eindeutig. Er hat nochmal betont, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Wie würden Sie seine Worte beurteilen? Es war ja eine große Range, die er da angesprochen hat. Ja, ich glaube, diese Worte kann man nur begrüßen. Vor allen Dingen, sie waren, so finde ich, unzweifelhaft. Sie waren eindeutig in der Beurteilung der Lage in Israel zu Gaza, aber auch der Situation für jüdische Menschen in Deutschland. Was erhoffen Sie sich, was erwarten Sie vom heutigen Treffen des Bundeskanzlers, auch des Bundespräsidentens mit dem Emir von Katar? Energiepolitisch eine gewisse Abhängigkeit, die unser Land da hat zu Katar, aber auf der anderen Seite einer der Hauptfinanzier ist der Hamas. Also ich erwarte mir von Biden, vom Bundespräsidenten, insbesondere aber auch vom Kanzler bei dem Lunch, das ja heute angesetzt wird, dass zum Thema Hamas, Hamas-Terror, sehr klare Worte geäußert werden. Und man versuchen wird, auch den Kataris klarzumachen, um was für eine Organisation es sich hier eigentlich handelt, aber auch vielleicht die Möglichkeit, im Interesse der Geiseln auch helfend eingreifen zu können. Sie haben eben die Situation auf den deutschen Straßen angesprochen. Es gibt zehntausende Palästinenser, die hier in Deutschland Schutz gefunden haben. Und wir haben in den vergangenen Tagen ja immer wieder gesehen, dass sie auf die Straßen gehen. Und da sind auch Unterstützer der Hamas-Terroristen dabei. Jetzt sollen Organisationen, die der Hamas nahestehen, wie Sami Dounen, der Kanzler hat es gesagt, verboten werden. Aber was befürchten Sie in den kommenden Tagen in Deutschland? Wir haben es ja gesehen, gestern allein in Berlin, die Auseinandersetzungen wurden viel härter. Und was auch in Chemnitz passiert ist, also was für eine Welle droht da? Zum einen muss man doch erst mal, und das ist mir ganz wichtig, wie ich halte, das angekündigte Verbot von Sami Doun für ausgesprochen wichtig. Die klare Aussage, was in Deutschland eben strafbar ist, wie es der Kanzler zum Ausdruck gebracht hat. Ich befürchte in den nächsten Tagen eventuell weitere Palästinenser unterstützende Demonstrationen. Und wenn es hierzu eben, wie vom Kanzler angekündigte, strafbare Handlungen zu strafbaren Handlungen kommt, erwarte ich von den Ordnungsbehörden, von der Polizei, dass hier umgehend und auch mit aller Gewalt und Deutlichkeit eingegriffen wird. Solche strafbaren Dinge dürfen sich nicht in Deutschland abspielen. Deutschland ist kein rechtsfreier Raum. Herr Schuster, schauen wir aktuell, wie das Leben unserer jüdischen Mitbürger momentan hier abläuft und verläuft. Wir haben hier in Berlin zum Beispiel das Beispiel eines Fußballvereins Tusmakabi, seit Jahrzehnten fester Bestandteil hier der Fußball-Ligen. Die haben erst einmal jetzt alles abgesagt, sind aus dem Spielbetrieb herausgegangen. Was nehmen Sie wahr? Was hören Sie auch aus den Gemeinden? Von den Mitgliedern der Gemeinden besteht eine Sorge. Es fiel bereits auf am vergangenen Sonntag, jüdischer Feiertag, dass der Gottesdienstbesuch, der sonst gerade an diesem Feiertag, sein fröhlicher Feiertag, die Kinder bekommen üblicherweise Süßigkeiten, der Gottesdienstbesuch ganz schwach war. Es war eine deutliche Furcht zu beobachten. Ich bin auch den Sicherheitsbehörden dankbar, dass sie auch nochmal zum Ausdruck gebracht haben, dass sie ein besonderes Augenmerk auf die Sicherheit jüdischer Einrichtungen haben. Und ich hoffe, dass insoweit eine Beruhigung stattfinden kann. Auf der anderen Seite kann ich Makabi verstehen. Tusk Makabi, denn ein Fußballspiel oder in einem, egal wie, nicht heimischen Fußballplatz, heimischen Stadion, birgt derzeit offensichtlich doch nicht kalkulierbare Gefahren. Und im Interesse der Sicherheit der Mannschaftsangehörigen, aber auch der Zuschauer, war wohl diese Entscheidung unabdingbar, wenn ich sie auch außerordentlich bedauere. Herr Schuster, Religionsfreiheit ist in der Bundesrepublik Deutschlands eins der höchsten Güter. Welches Zeichen ist es dann aber, dass tatsächlich Tusk Makabi seinen Spielbetrieb einstellt, dass jüdische Einrichtungen in Berlin jetzt verstärkt gesichert werden müssen? Also, dass sie verstärkt gesichert werden müssen, ist ein bedauerliches Zeichen. Dass sie geschützt werden, ist genau Ausdruck dieser Religionsfreiheit. Es soll und wird dadurch auch sichergestellt, dass die Religionsfreiheit von Juden und Jüdinnen in Deutschland auch praktiziert werden kann. Nun muss man sagen, ein Fußballverein ist kein klassisch religiöser Verein. Hier besteht eben die Sorge, dass hier außerhalb einer klassisch-jüdischen Einrichtung eine Gefährdungslage besteht. Ich ehrlicherweise tue mir schwer, wie man hier absolute Sicherheit herstellen kann. Und hier musste man leider, wirklich leider dem Terror weichen, was umso bedauerlicher ist. Herr Schuster, wir haben schon kurz darüber gesprochen, die Ankündigung des Kanzlers, Vorfeldorganisation der Hamas hier im Land jetzt zu verbieten. Verbieten ist das eine, aber wie kommen wir ran? Was sind Ihre Überlegungen und Gedanken dazu an das, was in den Köpfen der Unterstützer rangeht? Selbst wenn es denen verboten wird, auf die Straße zu gehen, wir haben es gesehen, sie machen es trotzdem. Das ändert ja noch lange nichts an deren Denke. An die Denke kann man, ich glaube, hier geht es ganz vorne los. Im Kindesalter, ich sage immer, es gibt drei Dinge gegen Antisemitismus, Bildung, Bildung und nochmal Bildung. Und nur auf diese Art und Weise lässt sich etwas erreichen. Auf der anderen Seite bin ich mir auch im Klaren, dass man zu Hause auch Fernsehsender sehen kann, Al Jazeera und Ähnliche, die natürlich genau diese Propaganda auch wieder verbreiten. Und sie können keine Fernsehkanäle abschalten. Insoweit bleibt da nur die Wahl durch entsprechende präventive Maßnahmen, aber auch dann aktiv gegen solche Gruppierungen vorzugehen, auch bei solchen Demonstrationen. Ich glaube, hier muss der Rechtsstaat zeigen, was er kann. In Köpfe hinein kann man nicht gucken, kann man auch nicht in Köpfen arbeiten. Josef Schuster, der Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland. Wir danken Ihnen für dieses Gespräch. Dankeschön. Gerne. Wieder. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht es hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr euch auf der Suche seid nach unten geht, dann geht es hier ein bisschen weiter. Und wenn ihr euch auf der Suche seid nach unten geht, dann geht es hier ein bisschen weiter. Und wenn ihr euch auf der Suche seid, dann geht es hier ein bisschen weiter. Und wenn ihr euch auf der Suche seid, dann geht es hier ein bisschen weiter. Und wenn ihr euch auf der Suche seid, dann geht es hier ein bisschen weiter. Und wenn ihr euch auf der Suche seid, dann geht es hier ein bisschen weiter. Untertitelung des ZDF, 2020